Ist alles bereit? Ja? Die Zistern gebraucht, um geöffnet zu werden. Wenig soll sich entfernen? Geh, entfache dich. Wer? Ich? Und ihr? Muss ich nicht den Gefallen in die Eise abnehmen? Nein. Die muss ich mir noch beide vom Hals schaffen, damit alles ab ihm im Dunkeln bleibt. Wer soll ich ihm die Ketten abnehmen? Nein. Aber schließ ihn vom Stein los. Die Zeit drängt. Der Sterbe. Doch es soll es wissen, wer ihn sei stolz, zer zerfleischt, der Rache, der Dunkel, seit zerrissen. Sieher, die Zistern beherrn, doch es ist ist getäuscht, die Zarro, wenn du stürzen wolltest, die Zarro, den du fürchten solltest, die Zistern beherrn, Als Räger hier, die Zolle den Stürzen waltest, die Zolle den Fügel solltest, steh' nun als Räger hier, als Räger, steh' nun als Räger hier. Ein Walter, ein Walter, steht noch einmal, ruf ich dir, als Vogetanzureg. Nur noch ein Wieser-Gerlsch, mein Walter, ein Werker, steh' nun als Räger hier, als Räger hier, als Räger hier, als Räger hier, als Räger hier. Das ist ein Volk! Das ist ein Volk! Das ist ein Volk! Ich bin so gut, ich schaue mich in Trost. Der Volk! Ich bin so gut, ich schaue mich in Trost. Der Volk! Ich bin so gut, 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 Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Was ist das? UNTERTITELUNG NURTERTITELUNG PORTROPO! PORTROPO! Der Herr Ministerkontrat, sein Gefolge ist schon von dem Schlossdorf. O, gelobt sei Gott, wir kommen, ja, wir kommen auch im Blick nicht. Und diese Leute mit Fackern sollen heruntersteigen, und den Herr Gouverneur hinaufbegleiten. . Amen.